Was ist das, was das bedeutet? Okay, dann machen wir das jetzt zusammen. Du weißt aber, was das bedeutet. Du hast es ja schon gesehen. Auch auf unserer Seite Einladung zum Paradies, hast du gesehen, wie ich das beibringe. Ich schadu an laa illa illallah, aber ich schadu an muhammad rasul, was das bedeutet. So weißt du, ja? Also du weißt Bescheid. Du bist überzeugt davon. Dich hat keiner gezwungen. Nicht bestochen worden, kein Geld bekommen. Okay, alles klar. Okay, ich sag das vor, ja? Und du sagst das mit der Absicht nach Islam anzunehmen, ja? Okay. Ich schadu an laa illallah. Und ich schadu an muhammad rasulullah. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Ich bin der Erste dem gratuliert, maşallah. Selam, wo kommst du jetzt? Ostabrück. Ostabrück? Nichts vor, los. Ich bin der Erste dem gratuliert. Ich bin der Erste des Erste dem gratuliert. Osten war nicht gut. Ich bin der Erste dem gratuliert, mir schadu. Das war's.